Von Gott genutzt zu werden, ist nicht das primäre Ziel von unserem Glauben. Er liebt und er kennt uns, und er liebt uns von ganzem Herzen. Und wir dürfen ihn kennen, anerkennen und lieben lernen. Aber unsere Berufung, unser Ministry, ist nicht unsere grösste Bestimmung, sondern in einer Liebesbeziehung zu ihm Leben, Zeit in seiner Gegenwart. Einfach das ist unsere grösste Bestimmung. Unser Leben lang einfach in ihm sein. Einfach in Jesus Christus sein, in seiner Gegenwart.